Boah, Volltreffer, das war meine Rüstung. Diese Höhle ist krass. Ich habe mich so über den Anblick erschrocken, dass mich doch da wie ein Kripper überrennen konnte. Ketzen platzieren ist wichtig. So, weg mit dir. Ach du Scheiße, das ist ein Underground-Armischen. Ein großer und ich... Ich finde, da sind viel zu viele Golems drin. Drei Stück. Da ist ein Spawner in der Luft. Das erklärt, warum es die Zeit ein bisschen mehr rückläuft. Was ist da am Bierkopf? Ah ja. Wir hatten können natürlich auch Klettern. Nein, nicht noch einer von euch. Und tschüss. Und tschüss. Ich habe genug gesehen. Komm, heil dich doch mal wieder ein bisschen. Denn hier hast du was zu essen. Also da oben ist es gefährlich. Dann ist es hier oben auch nicht angenehmer. Das ist dann die gleiche Höhle. Mit den gleichen Riesenviechern dran. Und hier ist der Wegbereiter und übersichtlicher. Was war das da oben? Ja, danke. Lade die Chunks und ruckel nicht so viel. Sonst kommen irgendwelche komischen Flacke-Effekte, die mich erschrecken. Ich muss mal kurz ein bisschen direkt platzieren. Ja klar. Noch ein bisschen mehr davon. Ich glaube, ich sollte hier unten eine Außenbasis bauen. Einfach nur, weil es der Rand dieser großen Höhle ist. Ah ja. Kleine Basis bitte. Ah, Mann. Ich bring mich hier schon selber um. Das war sehr amateurhaft. So. Hier einer aus dem Basten. Ja, ja, ja. Hier. Und zwar aus... Doch, Dreck. Vor allem aus Dreck. Ein bisschen Stein. Nein, ein bisschen Geröll noch. Vorher. Ein bisschen. Ach, dieser Ausfluss ist jetzt sehr, sehr stabil. Oh, Mann. So? Aber er bekommt auch... Mann, da ist so viel offen. Er bekommt auch noch seine sicheren Gänge. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die Bauschkulisse. Sie ist nicht sehr zuversichtlich. Sie bedeutet... Du bist so gut wie tot. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und so Und so Mal gucken, wie viele Minuten ich überlebe Das wird hektisch Okay, das wird hektisch